Musik Wie oft ist schon ein Leichenwagen an mir vorbeigefahren? Dass es gar nicht zwingend einen hochmotorigen Pkw braucht, habe ich neulich festgestellt. Als ich Bernd Vogel traf, Bestatter in Hannover-Langenhagen. Er macht seinen Job mit dem Lastenrad. Lieber Herr Vogel, ich finde es total schön, dass Sie Zeit haben, dass wir uns mal kurz unterhalten. Ich habe in der Presse gelesen, was Sie tun und wir sitzen ja auch genau davor. Mögen Sie mal kurz erklären, was wir hier im Raum haben? Es handelt sich jetzt hier um ein umgebautes Lastenfahrrad. Meine Intention war, dass jetzt schon viele Handwerker auch Lastenfahrräder nutzen, um in Städte, Innenstädte zu fahren, weil es keine Parkplätze mehr gibt. 2019, 2020 habe ich geplant, mich über einen neuen Bestattungswagen zu erkundigen. Und der sollte auch, ich sage mal, möglichst elektrisch sein, damit wir auf den Friedhöfen dann, wenn der Sarg vorweg gefahren wird, keine Gase an die dort hinterhergehenden Trauergäste dann ausstößt. Ja, und ich bin tatsächlich in der Branche auf taube Ohren gestoßen, obwohl so ein Bestattungswagen eigentlich viel mehr Fahrzeuglänge hat, um Batteriezellen unterzubringen. Aber es wollte keiner an das Thema ran. Dann habe ich mich erkundigt, habe mehrere Fahrradhändler angesprochen und die haben ja erst mal überhaupt gar keine Möglichkeit gesehen, das umzusetzen. Bis ich dann in Berlin jemanden gefunden habe, eine Velofracht. Ich habe praktisch von hier einen Sarg als Muster dann nach Berlin schicken lassen, damit die eine Größe und ein Maß haben. Naja, und dann habe ich einige Zeichnungen denen geschickt, wie ich mir das vorstelle. Und dann haben wir das immer so nach und nach Stück für Stück zusammen gebastelt. Und ja, irgendwann stand es dann da. Heißt aber auch, dass Ihre Idee so etwas wie Pionierarbeit war. Also da mussten sich ja zwei finden, ne? Es war wirklich Pionierarbeit, ja, muss man sagen. Denn man muss ja das Gewicht desjenigen bedenken. Man muss auch eine, ich sage mal, Handhabbarkeit haben. Man muss gewisse Dinge, die vom Ablauf her wichtig sind, die kann man einfach nicht weglassen. Zum Beispiel, dass ich jetzt hier auch an der Seite an die Bestattungsradküche herangegangen werden kann. Falls ein Blumengesteck oder ähnliches noch auf dem Sarg liegt, dass man das befestigen kann. Und das waren so einige Dinge. Und der Akku musste natürlich richtig groß sein. Was ich ganz schön finde an der Mobilitätswende, und das zeigt ja auch dieses Gefährt, dass es ein bisschen um Entschleunigung auch gehen kann. Dass man sich Sachen wieder viel bewusster macht. Dass man auch einen Todesfall wieder in der Öffentlichkeit hat. Das ist ja etwas, was ganz anders auffällt, qua Geschwindigkeit, als wenn Sie jetzt mit dem Auto fahren. Wie sind da so die Reaktionen? Ja, ich habe beinahe sogar einen Unfall miterlebt. Weil jemand vor mir, ich stand an der Ampel, der fuhr rechts an mir vorbei, bog ab, sah die Radkutsche. Ich konnte die fahren sehen. Und dann ist die fast auf einen stehenden Bus aufgefahren. Also das Ding ist schon ein Hingucker. Wie ist das denn jetzt von den Menschen, die als Angehörige hier reinkommen? Man erwartet ja nicht unbedingt einen Lastenrad. Wie ist da die Reaktion? Und entscheiden sich manche auch vielleicht erst aufgrund, dass hier so etwas steht, so etwas zu tun? Ja, es ist so. Ein Trauerfall ist wirklich immer eine ganz individuelle Sache. Wir wissen manchmal dann im Gespräch erst, wie die Vorgeschichte ist, wie die Menschen betreut werden wollen. Und ich kann nicht, sage ich mal, einem Ferrari-Fahrer, der sein Leben lang Porsche oder Ferrari gefahren ist, dem kann ich so etwas nicht anbieten. Ich muss gucken, wo ist die Klientel? Und ob sich Menschen, was ich auch gesagt habe, bereit sind, neue Gedankengänge zu gehen und zu sagen, okay, der Ablauf ist jetzt nicht so wie normal, er ist langsamer, er ist entschleunigter, das könnte ich mir vorstellen. Und wie reagieren denn Kolleginnen und Kollegen auf Sie? Nehmen das schon Leute auf oder ist das eher skeptisch? Ja, als ich mit der Bestattungsradkutsche zum Krematorium gefahren bin, das war also ein Sterbefall, da wollte sich jemand einäschern lassen. Das heißt also, wir bringen den Sarg dann zum Krematorium hier nach Hannover. Als ich da das erste Mal ankam, ja, ich würde mal sagen, so ein kleiner Auflauf war da schon. Also von den Mitarbeitern des Krematoriums, von den Verwaltungsmenschen da. Also man musste das erst zeigen und dann kamen die Fragen, sprudelten die Fragen und sagten, bist du aus Langenhagen her? Ja, ich bin überall bei Büchen hierher gefahren. Das heißt also, Sie haben auch einen ganz anderen Blick auf das Mobilitätsnetzwerk sozusagen hier. Haben Sie denn längere Strecken auf zurückgelegt? Also das ist das Weiteste. Ich sag mal, von hier bis zum Krematorium Hannover war bisher das Weiteste. Alles andere kann man machen. Ich möchte aber auch nicht jetzt da irgendwo liegen bleiben oder Ähnliches. Deshalb ist das eigentlich auch eine perfekte Strecke. Ich sag mal, ein Bestatter ist relativ ortsgebunden. Die Friedhöfe sind im Umkreis, ich sag mal in Langenhagen, vielleicht fünf Kilometer weg. Krankenhäuser Paraceldus auch fünf und dann die ersten Krankenhäuser Nordstadt. Ja, lassen Sie es zehn sein. Das geht auch noch. Und das wäre sowas wie, aber ich würde jetzt nicht nach München fahren. Nein. Hätten Sie wahrscheinlich vor einiger Zeit auch noch nicht gedacht, dass Sie so in so ein Netzwerk kommen, wo Menschen sind, die Mobilität verändern. Ja, aber ich finde, die sind dann auch die Personen, die für sowas ansprechbar sind. Also nicht der Porsche-Fahrer, sondern halt die, die sich Gedanken machen, können wir es nicht auch anders machen. Danke Ihnen für das Gespräch. Ich finde das richtig toll, was Sie da machen und sehr inspirierend. Und ja, wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Ja, schönen Dank, dass Sie da waren.